Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 27. April 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 996. Heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Clubhouse, Argentinien, Homey, Windrichtning, Spotify, iOS und Nomadbase. Ich starte gleich mit Clubhouse. Ja, das Netzwerk, das Audionetzwerk gibt es nach wie vor, auch wenn aktuell Facebook und all die anderen Grossen irgendwie gefühlt ihre eigenen Systeme vorgestellt haben. Nun gibt es Neuigkeiten im Bereich von Clubhouse. Zum einen werden bei Clubseiten neu anstehende Veranstaltungen angezeigt. Es gibt kombinierte Follower-Zahlen auf Club-Zahlen, die sich resultieren aus den Mitglied-Zahlen, sowie auch den Followern der einzelnen Follower oder wie auch immer. Wenn es interessiert, kann man in den Shownotes auf daily.giktok.ch oder im Podcast-Showes vertrauensgenauer nachlesen. Wer sich schon mal gewundert hat, dass ein Speaker plötzlich abgebrochen ist, das lag nicht unbedingt an fehlendem Internet und solchen Geschichten, sondern an einem Anruf, der reingekommen ist. Wenn sowas neu passiert, gibt es eine bei einem Anrufanzeige. Auch gibt es neue spezifische Club-Vorschläge und noch ein paar Kleinigkeiten, die geändert wurden. Google.com.ar Das ist eigentlich die Domain, die Google gehört in Argentinien. Die gehörte in der letzten Woche ganz kurz mal für knapp zwei Stunden nicht mehr Google. Denn plötzlich ist die Domain bei dem Registrar im jeweiligen Land aufgetaucht und sie konnte für zwei Dollar umgerechnet, zwei Euro besser gesagt, also 270 Pesos, gekauft werden. Das hat ein Webdesigner auch getan und war dann eben, wie gesagt, Besitzer von der Webseite. Google hat da relativ schnell reagiert. Wie gesagt, nach zwei Stunden gehörte sie ihm nicht mehr. Google meinte auch, und das haben Dritte bestätigt, dass die Rechnung erst im Juli 2020 fällig werde und somit da irgendein Fehler passiert hätte sein müssen. Ich bin mal gespannt, ob Google da einfach das grössere Portemonnaie gehabt hat oder ob das wirklich so ist. Wir werden es wahrscheinlich nie wirklich herausfinden. Dann gibt es Neuigkeiten zum Homey. Das ist diese Smart Home Zentrale, auf die ich auch gerne setze bei uns zu Hause. So eine runde Kugel mit schönem LED-Licht. Die hat eine neue Betriebssystem-Version bekommen und zwar in der Version 6.0. Da ging in letzter Zeit einiges. Erst gerade hatten wir noch 5.0. In der 6.0 ist unter anderem vor allem Verbesserung im Bereich Bluetooth LE mit integriert. Das Teilchen funkt ja in alle möglichen Möglichkeiten mit WLAN, mit ZigBee und alles ist da eigentlich mit drin. Plus eben auch Bluetooth LE und diese Funkmöglichkeit hat man jetzt verbessert. Dann gibt es auch Neuigkeiten oder wieder mal ein Gerücht rund um Ikea. Gerücht nicht, weil es ist bei der FCC gemeldet worden. Also ein neues Produkt, was bald kommen wird. So neu in dem Sinn ist es nicht, weil schon länger das Bedienungshandbuch anscheinend auf den Ikea-Servern rumliegt und öffentlich zugänglich ist. Es ist ein Gerät, das die Luftqualität messen soll. Ein Sensor, der mit USB-C bepowert wird, ein paar LEDs hat, die anzeigen, wo und wie die Qualität ist. Man weiss noch nicht genau, in welche Richtung das dann schlussendlich funken soll. Ob es einzig ein optischer Hinweis ist, weil aktuell, ihr wisst ja, fleissig lüften, Corona lässt grüssen. Oder ob das Ganze auch weiterhin smarte Funktionen zulässt, wo die Information dann weitergegeben werden kann. Wer weiss, wer weiss. Wir werden es vielleicht bald schon sehen, hören oder lesen. Weiter geht es mit Spotify. Da sind erste Preisänderungen in Kraft getreten in Grossbritannien. In anderen Ländern bis jetzt noch nicht. Da sind die Preise generell um zwei Pfund nach oben gegangen. Das heisst, ihr Deutschland, Österreich, Schweiz, wir dürfen uns bald mal darauf einstellen, dass zumindest diejenigen, die da auch bezahlen, bald mehr bezahlen dürfen. Dann sind gestern Abend iOS-Updates gekommen. Nicht nur iOS, auch die WatchOS und die kleine Kugel da oben, der HomePod Mini, haben allesamt ein Update erhalten. Wer noch nicht hat, Backup machen und dann updaten. In dem Update ist auch neu mit dabei, die Möglichkeit, das iPhone trotz einer Maske zu entsperren. Und zwar über die Apple Watch. Ähnlich wie ihr das schon mit dem Mac, MacBook, iMac oder auch dem Mac Mini machen konntet, geht das jetzt auch mit dem iPhone. Eine praktische Erweiterung, wie ich finde. Auf dem bookipsy.ch-Blog findet ihr einen ausführlichen Testbericht zu der Nomad Base Station. Das ist eine Wireless-Charging-Platte, die es mit zwei Smartphones und einem dritten Gerät, so kleine Kopfhörer zum Beispiel, aufnehmen kann. Finde ich ein tolles Gerät. Mein ausführliches Review findet ihr, wie immer, eben verlinkt in den Shownotes. Und dann möchte ich euch noch für all diejenigen, die sich für den Bereich Smart Home interessieren, ein bisschen Werbung machen. Nee, nichts Bezahltes. Also ich ja mich selber wahrscheinlich. Den Wochenrückblick-Podcast oder den lebe-smart.ch-Podcast ist online zu der letzten Woche. Die kommen im Normalfall immer sonntags. Da erzähle ich euch ein bisschen, was in dem Bereich Smart Home gelaufen ist im Laufe der letzten Woche. Wer also mag, lebe-smart.ch in eurem Podcatcher-Wahl suchen oder Link anklicken in den Shownotes. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.